Also Digitalisierung wird richtig als Herausforderung sehen, bietet aber viele Chancen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir machen nicht Digitalisierung, weil es Spaß macht, sondern weil wir damit feste Ziele haben. Und Ziele heißt, Abläufe einfacher zu machen, den Patienten besser zu informieren, den auch wiederum in den Mittelpunkt zu stellen. Und da ist es ganz wichtig, das als Chance zu bereifen und gar nicht mal so sehr als Herausforderung. Wandel war immer schon da. Es war auch vor Digitalisierung, da gab es Wandel. Und der wird jetzt einfach auch ein Stück weit durch Digitalisierung begleitet. Und das ist eine Chance als solches und die muss man einfach sehen.